Der Typ ist schon 40 Jahre tot. Vor einem Monat hat ein Erdbeben sein Grab geöffnet. Nein, tun Sie das nicht auf Ihre Lippen. Davon wird sie erst recht krank. Sag's ihr. Was hat sie gesagt? Sie glaubt, du bist der Teufel. Sag ihr an den glaube ich auch nicht. Ben, sieh dir das an. Was ist wohl da drunter? Was denkst du? Was ist das? Was ist das? Wow. Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Verpressung im Tiefbrunnen. So nennt man das, wenn Fabrik...